Wir sind dieses Wochenende auf dem Weg zur Klettermeisterschaft in Iserlohn. Da treffen wir uns mit Nico Albrecht, aka Gartenwulch, und mit Ricardo von Baumpflege Kaufmann. Einfach mal wieder so zum Erfahrungsaustausch, um mal so zu gucken, was sich eventuell getan hat. Interessant wird auch zu gucken, wieviel wir jetzt letzten Endes bei den Masters die Single-Rope-Technik anwenden. Mal wieder ein paar gleichgesinnte, verrückte treffen und am Wochenende Spaß haben und gucken, was die anderen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe, ich bin mit. 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 Ich hoffe, ich bin mit.